Das Kabel hier könnte dich töten, aber warum? Das hier gezeigte Kabel hat drei Leitungen. Eine Leitung, wo der Strom reinfließt und eine zweite, wo er wieder rausfließt. Wenn nun eine der beiden Leitungen im Gerät einen Isolationsfehler hat und das Gehäuse dadurch unter Strom steht, bekommt man beim Anfassen einen lebensgefährlichen Stromschlag. Um dies zu verhindern, gibt es die dritte Leitung. Sie ist mit dem Gehäuse verbunden. Dadurch kann der Strom in einem solchen Fall über die dritte Leitung abfließen. Aber wieso ist das hier gezeigte Kabel so gefährlich? Nun, obwohl das Kabel einen Stecker mit drei Eingängen hat, sind nur zwei Leitungen im Kabel vorhanden, wodurch ihr bei einem Isolationsfehler einen tödlichen Stromschlag bekommen könnt. Augen auf bei der Kabelwahl!